Wie gesagt, Nadine, Nationalspielerin, Bundesliga-Spielerin, Jeremy, erste Bundesliga, auch kein ganz Unerfahrener. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ich kann Ihnen keine sowas hier mehr verschenken. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Ich komme ziemlich in den Kopf zurück. Drei Minuten, dann komme ich über 100,5 Knöpfchen. Viel Erfolg jetzt mal. Vielen Dank. Soll ich dir was sagen? Mayan hat sie ernsthaft. Ja, Mayan war nicht so. Ha ha ha. Allerheiligen. Wir sind für morgen kein Urlaub. Ich muss hier erst ausmachen. Ja, das ist 6.30 Uhr. Ich liebe den besseren Planen. Einfach. Das muss ich. 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 Ja. 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 Ja, ja. Das ist ein Schochen. Entschuldigung, mach mal noch ein Problem. Das war ein... Ein eigentliches Firm war... Firm hat wirklich das... Das ist ein Schochen-Spray. Das sind Nader... Und dann muss man so 10 Punkte spielen für jeden Fall. Dann kann man die ganze Zeit von den Parten rein. Überall kannst du das auch... Das ist ähnlich. Hey, easy! ... 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 Ich wünsche Ihnen wieder Erfolg. Bis dahin. Ich wünsche Ihnen wieder Erfolg. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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 ...... 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 ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... 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 ............ ...... 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 ......... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ............... ......... Und dann gehen wir weiter. Ich hätte gerne den Martin Krewe, wenn er noch da ist. Hallo, deine Anrufe, glaube ich, der hat früher lange Wünsche genommen. Ich habe dir das zwar geglaubt. Du hast in den Finalläufen, wir haben auch eben noch mal kurz gespickt, weil Marco im Hintergrund hat geguckt, es hat nicht ganz viele Dinge gereicht. Du hast im Finale, bis du ausgeschieden bist, 1.414 Pins geworfen, 235.67. So, jetzt brauche ich beinahe eure Hilfe. Falls der 8. Platz hier noch da ist, wenn ich den gerne bitte auf der Bahn. Dann, das war, wenn ich nicht alles irrt, der Carsten Haust, der ist in der Fall schon weg. Die Hall of Fame, ich betone Fame, weil Jamie hatte die Hall of Fame schon im Facebook. Bitte, ich habe ja gesagt, ich brauche das hier vor. Dann hätte ich gerne den Sittplatzchen. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, ich spicke mal. Der Chris Seidel, der ist definitiv noch da. Einer als Athletsstadion. Und Chris, der Mann, der Seidel. Enrico, ich weiß, dass du auch noch da bist, du hast gesagt, Land habe ich hier, du hast doch schon ein Preisgeld abgeholt, aber ich hätte nicht nur 10 km gefahren, dafür das Grund, da habe ich ein Foto. Der Martin Drewe war schon mal da, nach vier Anträgen. Dann haben wir den Fünfter Platz, auf den Kopf hier an Löhepen. Da habe ich das Gefühl, noch mal in der Tür zu stehen. Voller Klammeransatz, danke dafür. Dann haben wir den Viertelplatz. Da muss ich ja wiederholen. Da haben wir den Carsten Knapp. Um uns den Norden. Da haben wir einen wunderbaren Fünft. Die Kleineren vor die Großen. Es kommt noch so. Kai Günther, der überrascht die alles. Da kann er noch den Asikon da hinten. Da kann er noch. Da wüsste ich doch vielleicht. Gut, da haben wir auch den Namen schon gesagt. Kai Günther. Er hat sich nicht verschlechtert gegenüber der ganzen Wahl. Er hat es wieder versucht. Vierter Platz, der Saatnäckig. Kai Günther. Echt was, den Glückwunsch. Höchst mich riesig. Ganz nebenbei, außer dem Umschlag von Walter Werner, kriegst du natürlich auch einen Spaßblumen. Da ihr aber auf dem Anlauf steht, die Blumen sich im Wassereimerchen befinden. Kai Günther, nimmst du dir den gewünschten Spaßblumen für deine Kattingerfrau noch raus. Wir wissen alle, welcher es ist. Der mit der großen roten Blume. Dann sollst du den auch bitte bekommen. Zweiter Platz. Jamie. Entweder bist du schon da oder immer noch da. Du darfst gerne auch nochmal antreten. Ja, ich weiß, das muss jetzt sein. Zigarette habe ich dir ja schon verboten. Ich habe gesagt, ich bin fertig. Ich bin über ein paar Gäste. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin über ein paar Seiten. Ich bin über ein paar Enekdoten dazu. Ich war ein LübiusAM gerade im EHL. Ich treffe den Schlö STEFAN Kloger altijd. Sag mal,rain, kommst du eigentlich zu meinem Turnier? Letztes Jahr warste da. Hast du mir gerade gut gefallen. Ich habe vergessen, anzumelden. Dreh sich rum, früh zu seiner Mannschaft, die gerade spielt. Jamie, du bist gerade eingecheckt für die Onyek, du hast zu spielen. Immerhin hast du der Auftritt, zweiter Platz. Danke dafür. Strauss-Klobe, Jamie, bist dir auch sicher? Kannst du dann Stefan und der Wix nur schön vor die Nase halten, wenn er fährt, wenn er zu schnell ist. Der hier ist reserviert. Die anderen zwei darfst du dir einen aussuchen. Allerdings die Wahl vor dir hat an der Stelle die Nadine Geistern. Applaus 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 Also gut, der liebe Uwe, gute Uwe, hat noch zwei Jugendliche vergessen. Und zwar die jeweils besten Jugendlichen, weiblich und männlich. Ich darf also aufrufen, weiblich zuerst. Die Jennifer Sprick, ist hier noch anwesend? Und der eigentlich noch Aufruf als bester Jugendlicher, der Dominik, ist ein Planister, anwesend sein. Die beiden haben noch einen kleinen Ehrenpreis bekommen, wie gesagt, als beste Jugendlicher dieses Turniers. Und insofern, Uwe hat schon gesagt, im nächsten Jahr das Turnier ist schon vorgeplant, wird also auch wieder bei mir, also ich werde es natürlich selbstverständlich im Turnierkalender aufnehmen, also auch im Terminplan für die Sektion hier in Hessen. Da wird der Termin also schon mit eingearbeitet, dass es also keine Probleme gibt, dass da irgendwas dazwischen kommen kann. Der kann also jeder Spieler, jeder Spieler, der kann also gerne wieder an dem Turnier teilnehmen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus, ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg. Danke! Applaus Danke! Thank you! Thür ist es gut! Hörnchen! Danke! Applaus Danke!